Schau dich mal um, jeder rennt, die Welt brennt. Das Geld regiert, wer nicht gewinnt, der verliert. Jeder nur für sich, bis alles zusammenbricht. Licht, siehst du Licht, ich nicht. Schau dich mal um, schau auf dein Leben. Du bist im Geben von Menschen, die nicht leben. Geh dem Negativtrend entgegen und du wirst viele von ihnen überleben. Die Teil- und die Tätern zufolge explodierte in den Schienen. Aus dem Bolivien sind bei einem Flugzeugunglück acht Menschen ums Leben gekommen. Nach der Bomben-Explosion vor dem Regierungsgebäude in Oslo. Ein Regulächtes Massaker, neue Ferienlach. Inzwischen sind rund sechs Millionen Syrer auf der Flucht. Darauf habe sich ein Selbstmordattentät an einem Auto in die Luft gesprengt. Ich will das alles gar nicht wissen, will das alles gar nicht hören. Ich schläge den Kopf und das Kissen und ich schnöpfe in die Ohren. Ihr macht mich nicht wissen. Ich will das alles gar nicht wissen, will das alles gar nicht lesen. Ihr seid so Kontrapolitik. Ich vertraue dir und mir, ich vertraue nicht den Medien. Ich denke positiv. Wenn die Nachrichten des Tages alle negativ sind, dann schreibe ich dir einen Brief. Ich denke immer positiv, ich schreibe ich hab dich lieb und schön, dass es dich gibt. Wenn die Welt um uns herum im Dunkeln liegt, zünde ich die Kerzen an. Ich lass Erinnerungen wach werden, die Dunkelheit sterben und ich schau mir dein Foto bei Kerzen nicht an. Wenn du traurig bist, weil dich das Glück vergisst und du heimlich weinst. Ich hoffe du weißt, ich glaube an dich und ich höre nicht auf, bis auch in deinem Kopf wieder die Sonne erscheint. Und wenn du unglücklich bist und wie nackt auf dem Boden liegst, du fühlst dich missbraucht und verkauft. Dann gib dich nicht auf, ich ziehe dir was an und ich baue dich dann Stück für Stück wieder auf. In Istanbul stürmte die Polizei heute gewaltsam den Taxi im Platz. Ein Anschlag auf das World Trade Center. Mindestens 120 Menschen seien verletzt. Bei Angaben von Augenzeugen kamen die Propellermassen in Weitrück und verletzt. Sie starben bei den Anschlägen mindestens von 60 Menschen. Zwei Flugzeuge, die beiden großen Türme, die dort nebeneinander schicken. Ich will das alles gar nicht wissen, will das alles gar nicht hören. Ich spiele gern bei mir. Ich steck die Kopf und das Kissen und ich schnapp's in die Ohren. Ihr macht mich nicht differenziert. Ich will das alles gar nicht wissen, will das alles gar nicht lesen. Ihr seid so kontravoll schien. Ich vertraue dir und mir, ich vertraue nicht den Medien. Ich denke vor mir. Schraube dich mal um. Jeder rennt.